Musik 26, 27, 28 Das Feld hat noch das Gesicht Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon Und der Andrea Meyer Heute laufen wir von Söhrberg nach Kämmeribodenbad Und dort wollen wir die berühmte Meerrenge finden Musik Ich fülle mit dem Après-Ski an Kein Mensch oder Paar Aber wenigstens guter Sound Auch wenn der Après-Ski noch etwas warten muss Es ist unübersehbar, dass der Söhrberg ein fantastisches Wintersportgebiet ist Unser erster Streckenabschnitt von Söhrberg-Rossweid nach Saal-Weideli führt uns durch malerische Moorwälder Das ist wirklich ein Geheimtipp Der Wanderweg Ja, wir sind hier in der UNESCO-Biosphäre Endlebuch Immer wieder überqueren wir auch Skifisten Wanderer und Skifahrer kommen gut aneinander vorbei Die verschneite Winterlandschaft strahlt auch etwas Beruhigendes aus Für Thomas fast zu sehr Ja, wir können bremsen Nicht nur Zweibeiner, auch die Vierbeiner macht die Schneelandschaft fröhlich Schneeschuhwanderer und auch Wanderer ohne Schneeschuhe sind fast gleich gut unterwegs Ja Thomas, wir hätten auch mit Schneeschuhen gehen können Das ist wahr, aber es ist ein Winterwanderweg Darum haben wir es auch noch Und die Wettlichen bearbeiten Nach der Überquerung der letzten Skifisten wird der Weg schmaler und die Schneemassen nimmt zu Das bringt einem auf allerlei Ideen Habe ich so viel Schnee Wäre es doch wieder mal die Zeit einen Schneemann zu bauen Nein, das ist Pulverschnee Das hilft eh nicht Thomas, probier's Das Fels hat noch ein Gesicht Thomas, jetzt haben wir doch noch einen Schneemann gefunden Ja, ich habe von deiner Vorliebung gewusst und gestern vorbereitet In dieser einsamen und idyllischen Entlebucherlandschaft drausend zu picknicken bei Minusgrad hat, zumindest finde ich das trotz allem auch etwas Reizvolles Ja Thomas, es gibt nichts Schönes als ein kalter Servala im tiefsten Winter Kein Feuer weit und breit Kuss 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 Wir nähern uns den sagenumwobenen Schrattenflug Wenn man dem Sagen glaubt dann hat er einmal einen Teufel gewutet und die halbe Schattenalbe mit seinen Krallen verwüstet Wenn man sich die Felswände anschaut, wo jetzt auch noch zackige Eiszapfen abhängt, kann man sich das durchaus vorstellen. Ja, so ein bisschen sieht man es dem Felsen an. Aber leider hat man nicht so richtig den Blick da oben. Die Schrottenflue ist jetzt im Moment durch den Schnee entdeckt. Und durch den Nebel. Ja, es kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein, ohne Schneeschuhe unterwegs zu sein. Thomas legt sich einmal unfreiwillig quer. Hahaha. Einmal mehr. Einmal mehr. Ja. Schon bald geht es wieder im Tiefschnee weiter. Vor uns weit kämen wir in Bodenbad mit der berühmten Meringue. Oder vielmehr Meringue, wie es dort heisst. Das Schlemmermal mit frischem Schlagrahm oder Nidle ist ein Traum. Und wer im Mäntelbuch geht wandern, kommt nicht um sie herum. Es gibt Leute, die fahren viele Kilometer hier raus, nur um einmal im Leben das Dessert zu probieren. Aber auch eine Fahrt ohne süsse Aussichten ist lohnend. Mit Mühe dabei schauen wir aus dem Busfeister und geniessen ein letztes Mal die unvergessliche Landschaft. Und das ist eine neue Landschaft. Und das ist eine neue Landschaft. Und das ist eine neue Landschaft.